Die mündliche Ergänzungsprüfung beim Fach Rechnungswesen. Vielleicht haben Sie gerade die Prüfung geschrieben und haben so ein bisschen so ein Gesicht, haben Angst, dass Sie null Punkte haben, ganz so schlimm wird es schon nicht sein, keine Sorge, und fragen sich, wie würde jetzt eine mündliche Ergänzungsprüfung ablaufen? Und genau für diesen Fall ist dieses Video gedacht, damit Sie nach dem Video hoffentlich nicht mehr so schauen oder sich so fühlen, sondern ein Lächeln auf den Lippen haben und wissen, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, wenn ich wirklich in diese mündliche Ergänzungsprüfung komme. Darum soll es in diesem Video gehen. Mein Name ist Jasper Quast von zumfachwirt.de und bei uns lernt ihr alles, was ihr über Fachwirt-Themen wissen müsst. Los geht's! Wir starten direkt mit etwas Positiven und zwar mündliche Ergänzungsprüfung ist eigentlich was Tolles, denn die Bestehensquoten sind hier sehr hoch. Also ich habe es in den letzten Jahren fast nie mitbekommen, dass jemand, der in die mündliche musste, tatsächlich da nicht bestanden hat. Gerade bei Rechnungswesen hat das verschiedene Hintergründe, die eigentlich ganz leicht zu verstehen sind. Zum einen, es muss nahezu nie gerechnet werden. Es ist eine mündliche Prüfung, sie werden inhaltlich Dinge gefragt, aber sie müssen eben nicht rechnen. Und die meisten fallen ja bei Rechnungswesen durch, weil die Rechenaufgaben zu schwer waren, man den Ansatz nicht verstanden hat oder einfach Fehler gemacht hat. Und der zweite Punkt, der einem hier sehr in die Karten spielt, es ist relativ wenig Stoff zum Auswendiglernen. Dadurch, dass eben so viele Sachen ja gerechnet werden, hat man viele verschiedene Rechenaufgaben, aber wenn Sie mal vergleichen, wie viel Text das am Ende ist, der irgendwie in den Kopf muss, gerade im Vergleich zu BWLVW oder Unternehmensführung oder Recht und Steuern, ist es bei Rechnungswesen sehr überschaubar. Man kann sich also schnell und recht einfach auf die Prüfung vorbereiten. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Es darf nur ein Fach sein, in dem man durchgefallen ist. Also wenn Sie in mehreren Fächern durchfallen, dann müssen Sie eh nochmal in die schriftliche Prüfung. Wenn Sie aber nur in einem Fach durchgefallen sind und zwischen 30 und 49 Punkte erreicht haben, dann können Sie freiwillig an der mündlichen Prüfung teilnehmen. Sie können auch sagen, nee, will ich nicht machen, ich will lieber nochmal in die schriftliche. Würde ich Ihnen ganz dringend von abraten, eben weil man da nicht so hohe Bestehensquoten hat wie in der mündlichen. Und zum anderen verlieren Sie auch nichts, wenn Sie freiwillig daran teilnehmen. Damit wissen wir also schon mal, die Chancen stehen gut und die Voraussetzungen sind auch klar. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Je nach IHK werden da so ein bisschen unterschiedliche Zeiten angegeben. Zwischen 10 und 20 Minuten sollten Sie einplanen. 10 bis 20 Minuten lang wird man von den Prüfern, das sind drei an der Zahl, meistens übernimmt einer größtenteils die Fragen und die anderen stellen vielleicht zwischendurch mal eine Frage. Und meist startet man hier mit einfachen Fragen und es wird dann Stück für Stück schwerer. Es kann dann zum Beispiel sein, dass zum Start, wäre eine ganz nette Frage, finde ich, zum Beispiel gefragt wird, was versteht man denn unter einer Bilanz? Oder wie ist eine Bilanz aufgebaut? Oder wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht vielleicht, was ist ein Aktivtausch und ein Passivtausch? Oder wie kommt man denn auf den Deckungsbeitrag 1 und 2? Das wären so Fragen, die dann eben langsam schwerer werden. Das zum Ablauf. Also klar, vorher müssen Sie zur IHK im Moment warten und hoffentlich kommt der, der vor Ihnen geprüft wurde, mit einem Lächeln raus. Dann geht man auch schon entspannter rein. Aber gehen Sie mal davon aus, das wäre vielleicht auch der erste Tipp direkt schon, die Prüfer, die sind meist sehr wohlwollend. Also, dass Sie da aufgeregt sind, dass Sie da Angst haben durchzufallen, dass Sie vielleicht mal verhaspeln oder auch mal kurz Unsinn erzählen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also, es wäre eher sehr komisch, wenn Sie nicht aufgeregt wären. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind da Prüfer, den ganzen Tag kommen aufgeregte Leute rein, die sich verhaspeln. Und dann kommen Sie da rein und Sie sind super cool und entspannt, machen einen ganz ruhigen Eindruck. Dann wirken Sie ja fast wie ein Psychopath im Vergleich. Das ist normal, Sie sind aufgeregt und die Prüfer, wie gesagt, die sind ja nicht so erstmal Leute, die sehr aufgeregt sind. Man hört ab und an Horrorgeschichten, dass da mal ein Prüfer ganz gemein ist, ganz sadistisch, aber das ist im Promillebereich. Grundsätzlich will erstmal ein Mensch einem anderen Menschen nicht durchfallen lassen. Wichtige Punkte sind, dass Sie Fragen bitte nicht unbeantwortet lassen. Da können wir direkt den nächsten Punkt eigentlich sagen, nämlich bei Unverständnis nachfragen. Bedeutet, wenn Sie eine Frage gar nicht verstehen, gar keinen Zugang haben, fragen Sie nicht nur nach, sondern bitten Sie vielleicht sogar, dass man die Frage nochmal einen Tick anders formulieren kann. Manchmal, auch da wieder, Prüfer sind oft wohlwollend. Ich habe schon öfter gehört, dass der Prüfer dann daraufhin die Frage ein bisschen anders gestellt hat und da quasi einen kleinen Tipp mit verpackt hat, womit es dann leichter war, darauf zu antworten. Und oft ist es ja so, dann ist noch ein anderes Wort in der Frage drin und auf einmal macht es Klick. Das Schlimmste wäre, wenn Sie quasi einfach sagen, ja, weiß ich nicht, nächste Frage. Dann haben Sie sich ja jegliche Chance genommen, anstatt einfach nochmal kurz nachzuhaken und vielleicht funktioniert es dann eben. Deswegen, auch wenn Sie beim zweiten Erklären der Frage nicht verstehen, was gemeint ist, auch dann nicht einfach sagen, weiß ich nicht, sondern überlegen Sie, vielleicht kann man irgendwie ein bisschen breiter darauf eingehen, vielleicht kann man anderes wissen, was man hat, so grob darauf ummünzen. Und vielleicht denkt sich dann der Prüfer, ja, so hätte man die Frage vielleicht auch verstehen können. Ich gebe jetzt nicht die volle Punktzahl, aber ein paar Punkte vergebe ich trotzdem. Wie gesagt, was Sie unbedingt vermeiden sollten, ist einfach zu sagen, weiß ich nicht. Und kleiner Profitipp oder kleine Geheimwaffe, wenn Sie sehr schlecht vorbereitet waren, weil Sie einen schlechten Lehrgang hatten, weil Sie zu wenig Zeit hatten, dann fehlen unter Umständen die Basics, die wichtigsten Grundlagen. Und dafür sind die Störzusammenfassungen großartig. Wenn Sie Stör und Rechnungswesen eingeben oder wenn Sie bei anderen Fächern sind, Stör und Recht und Steuern zum Beispiel bei Amazon, dann finden Sie da direkt die Hefte, die ich meine. Und hier haben Sie wirklich den Vorteil, dass im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern eben wirklich die Fachsprache der IHK verwendet wird und die wichtigsten Themen drin sind. Es ersetzt keinen Lehrgang, nicht falsch verstehen. Aber mit diesen Störzusammenfassungen können Sie sehr schnell die wichtigsten Basics abspeichern. Und das wäre dann sozusagen der erste Schritt, den man gehen sollte. Außer man hat eben ausführliche Mitschriften, einen guten Kurs gehabt. Dann sollte man natürlich die Dinge primär auswendig lernen. Aber wenn das nicht gegeben ist, hier können Sie sehr schnell alles, was grundlegend schon mal ist, abarbeiten. Und wenn dann noch Zeit ist, dann natürlich mit IHK-Skripten, mit anderen Lernskripten in die Tiefe gehen. Ja, den Ablauf hatten wir. Wir haben auch Tipps gehabt. Wie ist denn jetzt die Bewertung? Also wie ermitteln wir, wie viele Punkte wir am Ende brauchen, um zu bestehen? Ihr schriftliches Ergebnis, das Sie haben, das ja leider nicht gereicht hat zum Bestehen, das muss man mal 2 rechnen. Das mündliche Ergebnis, was man dann bekommt, das zählt nur einfach. Und erreicht werden müssen in Summe 150 Punkte. Was heißt das jetzt? Können Sie sich jederzeit selbst ausrechnen. Wenn Sie 40 Punkte haben zum Beispiel, rechnen wir das mal 2, macht 80. Wir müssen insgesamt auf 150 kommen. Und die Differenz von 150 und 80, wenn wir 150 minus 80 rechnen, ist 70. Es müssen also 70 Punkte in der mündlichen Prüfung erreicht werden. Das wäre eine 3. Das wäre befriedigend. Und dann hat man bestanden. Sie können das Ganze auch mit 35 Punkten rechnen. Wenn Sie nur 35 Punkte hätten, rechnen wir 35 mal 2, macht 70. 150 minus 70 ergibt 80. Dann bräuchten Sie also 80 Punkte, also eigentlich nur 2, um weiterzukommen. Da wird es dann schon ein bisschen knapper. Und wenn Sie nur 30 Punkte haben, dann wären es 60. Und 150 minus 60 sind 90. Also da bräuchten Sie 90 Punkte. Da dürften Sie nahezu keinen Fehler in der mündlichen machen. Da wird es dann langsam ein bisschen schwierig. Und damit sind wir bei den Themen, die drankommen. Das sind jetzt nicht alle Themen, die drankommen. Das sind jetzt wirklich die wichtigsten Themen. Bedeutet also, wenn die Prüfung kurz bevor steht, das sind die Sachen, die Sie aus dem FF können müssen. Da dürfen Ihnen keine Fehler passieren. Da müssen Sie sich richtig gut auskennen. Darüber hinaus müssen Sie noch viel mehr können. Aber das ist eben das, was wir an Rückmeldungen bekommen haben, was am häufigsten abgefragt wird. Das sind so einfache Sachen wie, was ist eine Bilanz? Wie ist die Bilanz gegliedert auf der linken und auf der rechten Seite? Was versteht man unter dem Betriebsergebnis? Was versteht man unter den Begriffen Aktivseite und Passivseite? Und wie kann man das noch nennen? Also aktiver, passiver, Mittelverwendung, Mittelherkunft. Man soll erklären können, was Rückstellungen und Rücklagen sind und jeweils auch ein Beispiel dafür geben können. Was ist die Äquivalenzkalkulation bzw. die Äquivalenzziffernkalkulation? Warum wendet man diese an? Was wendet man sonst an, wenn man keine Sortenfertigung hat? Gliederung und Erläuterung des internen und externen Rechnungswesens, also auch das Abgrenzenkönnen voneinander, die Unterschiede. Erklären der Betriebsstoffe, Rohstoffe und Hilfsstoffe, sowie in welcher Reihenfolge, die zum Beispiel zu bilanzieren, sind und Beispiele dafür nennen können. Gewinn- und Verlustrechnung, das einmal grob erklären können, was da passiert. Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträgerrechnung definieren können. Einzel- und Gemeinkosten erklären, was ist das jeweils? Genauso wie Variable und fixe Kosten. Dass man dann zum Beispiel sagt, Strom ist variabel, fixe Kosten sind zum Beispiel Mieten. Erläutern von Abschreiben. Haben wir auch ein YouTube-Video dazu gemacht, dass man grundsätzlich das mal erklären kann. Vielleicht auch die verschiedenen Arten kurz definieren kann. Zusatz-Anlass- und Grundkosten erklären können. Erklären von Aktivtausch, Passivtausch, Aktiv-Passiv-Mehrung und Minderung. Erläuterung der Deckungsbeitragsrechnung und Nennung des Rechenwegs. Wie komme ich auf Deckungsbeitrag 1 und 2 zum Beispiel? Und Erklären der kurzfristigen und langfristigen Preisuntergrenze. Das sind typische Themen, die ganz, ganz oft drankommen. Ich könnte hier selber noch zig Themen ergänzen, weil viele andere Dinge eben auch wichtig sind. Aber die wurden am häufigsten genannt. So Dinge wie Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, Grundsätze der Bilanzierung. Alles kann drankommen. Das hier sollten Sie aber am besten beherrschen. Kleiner Plan bis zur Prüfung für diesen Sprint, den Sie jetzt vor sich haben. Erster Schritt ist immer Lücken schließen. Es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass Sie bei der Prüfung durchgefallen sind, weil Sie sich gedacht haben, naja, das Thema, das Thema, das Thema ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, will ich jetzt nicht machen. Ich fokussiere mich auf andere Sachen. Das darf Ihnen jetzt nicht mehr passieren, weil Sie wollen ja hier mit der mündlichen durchkommen. Das bedeutet, jetzt heißt es, wenn Sie solche Themen hatten, die Sie einfach übersprungen haben, jetzt schließen Sie die Lücken. Dann auswendig lernen. Sie müssen am Ende ein wandelndes Lexikon sein. Sie müssen ja alles im Kopf haben und abrufen können schnell im Gespräch. Dafür können Sie Ihre Mitschriften nutzen, dafür können Sie Karteikarten nutzen. Wichtig ist die Quelle, mit der Sie es machen. Wenn Sie einen schlechten Lehrgang hatten, dann gilt Störzusammenfassung. Das wäre der erste Fokus. Ansonsten, wenn Sie einen guten Lehrgang haben, fokussieren Sie sich auf Ihre Mitschriften. Und dann klappt es hoffentlich mit dem Sprint zum Abschluss, dass Sie nicht nochmal in die schriftliche gehen müssen. Aber jetzt zählt es eben wirklich ein wandelndes Lexikon werden. Auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Im besten Fall aber natürlich auch gleichzeitig verstanden haben. Falls Sie nicht nur in die mündliche jetzt müssen, sondern alles nochmal neu schreiben müssen. Oder sich jetzt auf die Haku-Prüfung vorbereiten wollen und das soll besser laufen, empfehle ich Ihnen zum einen die Prüfungstrainings. Aber wenn Ihnen eben Grundlagen fehlen, so wie wir das bei den Störzusammenfassungen empfehlen, dass man dann ja eigentlich nochmal wirklich die Grundlagen braucht und vielleicht einen richtigen Lehrgang besucht, bei dem es besser funktioniert, dann schauen Sie bei uns auf der Seite vorbei. Wir bieten ja auch jeweils die erste und die zweite Prüfungshälfte als eigenen Lehrgang an. Die wirtschaftsbezogenen und die handlungsspezifischen Qualifikationen. Und nutzen Sie das, wenn Sie da noch Bedarf haben. Ansonsten schauen Sie gern auf diesem Kanal sich weiter um. Ich hoffe, das hat Ihnen schon geholfen. Ich setze Ihnen unter dieses Video einen Link zu einem Blogbeitrag, wo wir nochmal ausführlich eben auf alle potenziellen Fragestellungen der mündlichen Ergänzungsprüfung eingehen. Und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Wenn Fragen dazu aufkommen, gerne in die Kommentare oder per Mail. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.